Herzlich willkommen in der Tischlerei Emil Tischler hier in Falkensee. Wir sind die Experten für alle Angelegenheiten rund ums Thema Holz. Neben einer ausgezeichneten fachlichen Beratung und einem optimalen Service können sie auch eine exzellente handwerkliche Leistung von uns erwarten. Überzeugen Sie es selbst und glauben Sie mir Tischler können mehr als man denkt.